Polizei! Überfall! Wohin ist er gegangen? Was hat er dir genommen? Wie sah er aus? Weißt du noch irgendwas? Er hat mein Geld genommen, mein ganzes Geld genommen und in diese Richtung ist er geflohen. Ich habe ein Bild auf meinem Handy gemacht! Hohohoho! Nein, das ist viel zu riskant! Wir können diesen Einsatz nicht machen! Uh, das war nur ein Traum! Kohle höher! Und ein Autoschlüssel! Überfall! Alle verfügbaren Kräfte zum Kino kommen! In die Zelle! Zelle 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.